das ist uns auf jeden fall allen schon mal mit einem Floatsurf passiert naja oder vielleicht auch nicht aber jeder Volleyballspieler hat sich auf jeden fall schon mal gefragt wie zum Teufel wackelt dieser Ball eigentlich in der Luft naja oder vielleicht auch wieder nicht aber wie funktioniert eigentlich der ekelhafteste Ausschlag im Volleyball überhaupt um zu verstehen wie ein Floatsurf funktioniert müssen wir aber erstmal darüber reden wie verschiedene Drehungen den Kurs des Balles beeinflussen der meistgenutzte und exklusivste Ausschlag im Volleyball ist ein Topspinsurf dieser erzeugt wie man am Namen erkennt eine Vorwärtsdrehung wodurch die Luft diesen nach unten drückt ein weiterer eher unterschätzter Aufschlag ist der Backspinsurf wo genau das Gegenteil passiert und der Ball nach oben gedrückt wird es gibt natürlich noch weitere komplexere Hybrid Aufschläge und welche sogar mit Sidespin aber das ist ein Thema für ein weiteres Video was passiert aber beim Floatsurf manche haben es vielleicht schon erraten aber beim Floatsurf gibt es gar keine Drehung also ist der Floatsurf ein sehr technischer und schwieriger Aufschlag weil man den Ball sehr gerade in der Mitte treffen muss um keine Drehung zu erzeugen diese Aufschläge haben aber alle etwas gemeinsam und zwar die eine kritische Geschwindigkeit die sie erreichen müssen um von einer laminaren also einer glatten zu einer turbulenten Luftströmung zu wechseln durch diesen Wechsel entstehen sogenannte Wirbelschleppen das sind kleine Luftvortexe hinter dem Ball die beim Top und Backspin dafür verantwortlich sind in welche Richtung sie gedrückt werden was passiert dann aber in unserem Fall weil wir haben ja gar keine Drehung im Ball drinnen genau es entsteht nämlich der gesuchte Wackeleffekt weil die Vortexe keine bestimmte Richtung haben wird der Ball in jegliche Richtungen gehoben und geschoben wodurch sich natürlich die Annahme extrem schwierig ergibt grund gмоer das ist wirklich so spannend Bis zum nächsten Mal.